In den letzten drei Jahren hat Grisada Blanco Miami beherrscht und Kokain vertrieben. Miss Blancos Operationen sind effizient, tödlich und unglaublich erfolgreich. Lass ich mal die Drecksarbeit erledigen. Tja, viele Frauen verlassen den Mann, aber nicht das Geschäft. Das schwöre ich dir. Ich weiß, was ich tue. Wissen Sie, es ist der Land der Sonnenstunden. Wir haben den Wunsch der Emotionen zu den Aburrissen. Vielleicht habe ich ein Kilo. Die Schlampe weiß, dass ich sie kämpfen will. Ich rate bloß jedem Dealer in Miami, dass er die Finger davon lassen soll. Und genau das macht dieses Leben mit einem. Du sagst ihr ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Ansehen. Und dann werden Menschen verletzt. Hinter all dem steckt bloß eine Frau. Wenn wir die richtige Karte ziehen, stürzt das ganze Haus ein. In Medellin ist sie gefragt, ob Sie. Sie sagen, es gibt eine Frau mafiosa in den USA. Die Madrina. Nach allem, was ich hinter mir habe. Ich werde diesen Dixern nicht einfach so schenken. Sie wollen sehen, wie so leher ich bin. Ich werde eine neue Raka. Ich werde sie nicht mehr so schenken. Esa mujer no caminaba como la novia de nadie, ¿eh? Pues, ¿cómo caminaba? Como la jefa. Como la jefa.